So zu sagen, du bist bei der Köpfung von Marie Antoinette und sagst, in der zweiten Reihe stand unser Charakter. Yay! Und er hat versucht sie zu retten, hat aber nicht geklappt. Nein, aber es ist halt einfach. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht das Komplizierteste. Das, was sie gemacht haben, was weiters komplizierter war, war ja halt ihre Hintergrundgeschichte mit ihren, die davor da waren und so, die ich, um ehrlich zu sein, auch fast wieder vergessen habe für die Leute einfach, was die konnten. Ich weiß nur, dass die da waren und dass sie dem Charakter, diesem Desmond da halt dann verleiten und sie hatten irgendwas, was er aktivieren musste. Und den Partiteln hattest du noch nicht. Du bist ja bei... Wo bist du stehen geblieben? Bei Brotherhood? Brotherhood, bei 2,5. Bei 2 für Revelations hast du noch vor dir. Genau. Dann hast du die Hall... Bei 3 hast du die Hauptstory abgeschlossen. Und danach, weil ich weiß nicht, was halt bei den anderen jetzt hinzukam, bei Unity, was da jetzt die... äh, Geschichte in Anführungszeichen ist. Die Backgroundstory. Ja, sie mussten ja erfinderisch werden. Ja. Ich habe ein Furzkissen bekommen. Toll. Ich glaube, das Spiel will mich ärgern. Ich habe ein Item, über das du dich bitte freuen könntest. Ey. Ich würde mich freuen... Ja, ich gebe Item-Ups. Ja, also... Wenn ich tatsächlich nochmal nach unten komme. Wenn... Ich habe echt gerade Schwierigkeiten. Du hast generell Schwierigkeiten, aber das ist nichts Neues. Ja, aber halt hier runter zu kommen. Ich kriege immer wieder Damage von irgendeinem Scheiß. So geht es mir auch immer. Ja, aber du hast 200 Hertz Container. Ich habe 100... Weißt du, was ich dann mache? Na, nimmst du eine Hertz Container. Ich erinnere mich an so ganz tolle Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Und dann merke ich, wie gut es mir eigentlich läuft, wie es geht. Ich spiele mit P, ne? Ja. Ich habe gehört, das ist ein Bomb-Spiel. Ja, es ist... Warum habe ich jetzt einen Debug schwach körperliche Fähigkeiten gesunken? Hä? Ah. Ja, aus. Von mir aus, Spiel. Wenn du meinst... Was ist das? Kein Mauerarm? Ein... Beetle. Ein was? Käfer. Ein VW New Beetle? Ja. Okay. Weißt du nur nicht, was ein... Der hopft es die ganze Zeit. Deswegen kann ich den Namen nicht anstrich lesen. Was ein Korchinel oder wie das sich aussprechen soll? Keine Ahnung. Korchinel Beetle. Er springt auf jeden Fall wie ein Irrer die ganze Zeit. Ja, das klingt super. Ich versuche es mal umzuhauen. Klingt wie dein bester Freund. Er kriegt auch nur 6 Damage, also... Fabelang. Mach ich so ein Licht an und so ein Skelett ist erst mal direkt vor mir. Und wirft gleich mit seinen scheiß Knochen nach mir. Drop was. Los. Hebe und drop. Das will aber nichts droppen. Das hat irgendwas gedruckt, oder? Red Husk. Aha, also Panzer. Den Beetle-Panzer. Solange sie nicht singen... Nee, die singen bestimmt nicht so. Oh, es ist wieder Pinky. Pinky, der Schleim? Mhm. Der ist nett, ne? Ja. Aber tut nicht weh. Gerade einen auf der Nase. Oh, das kannst du doch nicht tun. Doch, Pinky ist schon bei... Und das THP von seinen 300 Dir hat. Denn es, er macht tatsächlich nur 1 Damage. Das ist halt nett. Er will gar nichts. Er will einfach nur, ne? Aber er haut. Umarmungen und sowas. Er macht 1 Damage. Ja, ich mach auch 1 Damage, wenn ich jemanden umarme. Rat mal, warum ich niemanden umarme. Er hat halt angefangen. Oder vielleicht sollte ich mehr Menschen umarmen. Gel und 2... Oh, 2 Gold droppt der Herr. Das ist ja gar nicht so wenig. Nö, das ist eine ganze Menge. Schaffe ich es jetzt endlich mal wieder runter halbwegs, um irgendwas zu machen? Ich glaub ja nicht dran. Ja, so auf jeden Fall nicht. Mhm, mhm. Es ist nicht... Mhm. Es ist einfach nicht wahr. Ja, aber... Ja, aber... Ne? Bei mir ist gut. Das ist schön. Bei mir überhaupt nicht. Ja, das ist schön. Bei mir spawnt alles. Mir haut... Mich haut die ganze Zeit jemand... Echt nicht gut. Das Problem bei mir ist halt eigentlich eher... Mein Inventar ist so scheiße voll. Weil ich auch jeden Scheiß wieder mitnehme. Warte mal, warte mal. Schnauze voll. Ein... Nimm mal sowas hier mit. Und da rätst du die Statue auch nochmal mitnehmen. Wow. Ist das, was du mir geben wolltest? Nein. Was ich dir geben wollte, ist das hier. Yeah. Und... Das hier. 20 HP. Was ist das? Ein Armreif. Ausrüstbar, belebt, langsam wieder. Ja. Ich hab einen, der macht sogar noch plus 2% Schaden. Und was macht das? Langsam wiederbeleben. Mach einfach HP-Ring. Ja, wenn du es angelegt hast. So tolle Sachen hast du, ja? Ja, ich hab eins, das macht zusätzlich noch Schaden. Ja, also... Du kriegst wieder den abgetragenen Reins. Ja, wie üblich, Hauptsache. Du hattest mal Leben. Das ist schon mal schön. Ich hab's nicht für mich verwendet, um zu testen. Hm, komm ich auf 220. Mach ich mit dem nächsten. Shelly! Shelly ist weg. Shelly kann fliegen. Hau ab. Ich hab's getötet. Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Ein Dreck. Nee. Er kriegt irgendwas rechts für Schaden. Ja, ist bestimmt schon tot. Nee, Lava glaube ich nicht, sonst würde er tatsächlich beleuchtet. Hm. Ja, schützt es zu mir. Du hältst so viel aus. Ja, ich kann das inzwischen. E, T, F. Ja, wer auch so sich aufbaut und alles einheitlich ist. Ja, die ganze Zeit, am Anfang des Let's Plays, war ich einfach der total zu schwächling, den das Spiel jemals gesehen hat. Ja, 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 ja. Ja, ist so. Ich übertreibe nicht. Ich muss mich hier durchkämpfen und alles harter arbeiten. Oh, 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 darf ich? Darf ich? Wieder Herzcontainer? Nein, viel besser. Ich seh's schon. Boom! Da ist Kupfer. Kannst einsammeln. Ich muss erstmal die Lage checken. Kupfer einsammeln. Was du denn jetzt hier kaputt gemacht hast? Ein großes Kupferflöz. Ein ganz großes Kupferflöz. Das explodiert jetzt auch noch. Was explodiert? Da explodiert noch was nach. Oh, cool. Oder ich hab's jetzt mit meinem Bogen gehauen und deswegen ist es explodiert. Ich weiß es nicht genau. Ich hab übrigens auch nochmal so ein Boss-Spawn-Item. Damit's nicht langweilig wird. Also ich bin jetzt ja auf jeden Fall auf Sammeltour mal. Was ist das? Ach, das ist dein Grabstein. Okay. Das sah aus irgendeinem Grund so komisch aus. Hast du denn mal wieder ein bisschen Silber eingesammelt? Mö, hab ich Silber eingesammelt? Ich kam ja leider nicht mehr runter, deswegen. Damit ich mal ne vollständige... Ne, Silbererz hab ich ganze fünf Stück. Das ist nicht so viel. Ne vollständige Rüstung, wenn ich zusammenkriege. Also hab ich leider nicht wirklich viel. Aber vielleicht bald. Na hoffentlich. Irgendwann mal wieder. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht so. So, Platinstiefel. Platinstiefel. Ich will auch nochmal ein Wiederbelebungsband bekommen, was mir ein Prägungstempo gibt. Yay. Braucht man nochmal ne Kiste. Hi. Hi. Oh, Kaninchenstatue. Was nimmst du mit? Klar. Nein. Da oben waren noch irgendwie Herzen. Da wollte ich gucken, was das denn da ist. Die spawnen auch nicht. Also die sind da scheinbar. Ja, das hatte ich vorhin auch bei irgendetwas. Ich weiß noch nicht mal wieso. Ja, einfach nur Herzen. Die sind einfach mal so gespawnt. Aber naja. Wenn die meinen, das muss es sein, dann hat das bestimmt seine Gründe. Liegt bestimmt daran, dass wir ganz toll sind. Ne, dass wir ne Herzenstatue oben haben oder so. Keine Ahnung. Kann sein. Das weiß ich so nicht. Ich wundere, warum hier jetzt plötzlich so viel Kupfer ist. Weil wieder tiefer? Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Weil du weißt, wohin das führt. Und du weißt, wir finden das nicht so toll. Wir finden das gar nicht so toll. Wenn es immer wieder tiefer geht. Ich hab auch mal einen Herzcontainer gefunden. Yay. Yay. Erstmal, als du einen findest. Gleich Achievement darf er bekommen. Yay. Siehste, wir hätten noch ein Achievement entgangen. Hättest du dir die ganze Zeit einfach mal zugeworfen. Hier ist mal Silber. Hier ist auch Amethyst, glaube ich, oder was das hier war, ne? Wenn es lila ist, ist es Amethyst. Naja. Donnertrank, Anger verleihen, Schaden. Ich muss mal irgendwas wegkriegen hier. Denn mein Inventar ist so voll. Ja, meins ja auch. Ich hab's ja schon erklärt. Granaten weg hier. Braucht da eh keiner. Apropos Granaten. Granate! Ja, ich hab noch. Granaten. Nein. Viel besser. Ich hab das richtige Zeug. Muss ich mich hier nicht durchbuddeln? Dynamit. Bomben. Bomben, lass aufgucken. So, komm mal her. Das Skelett folgt ihm gleich auf dem Fuße hier. Und stirbt dadurch. Ruhig. War grad so ein Skelett mit Helm und ich hatte gehofft, dass da eventuell dieser Minenhelm kommt. Dann sieht man mehr unten. Aber ist leider nicht. Dann mach mal, dass da kommt. Wer soll kommt? Na, der Minenhelm. Ja, da bin ich ja dabei. Langsam. Ja, dann mach mal. Erstmal Silber abbauen. Mach mal hin, ne. Plus Platin. Jeepers, Creepers? Hä? Wie kommst du da jetzt drauf? Das ist ein Achievement. Das hab ich gerade bekommen. Ich bin hier grad irgendwo, wo extrem viele Spinnennetze sind. Hier sind Spinneneier. Yay? Ich habe so eine Befürchtung. Was? Vielleicht. Gut, neuerbar. Vielleicht? Also hier sind wirklich extrem viele Spinnennetze. Ja, ich komm mir schon. Ah! 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 Boss? Nein, aber auch Spinnen. Ganz viele. Auf jeden Fall eine. Das war schlimm genug, die hat mich erschreckt. Ich meine, ich habe erwartet, dass sie kommt. Aber dann war sie tatsächlich da. Und das war das Schlimme. Dass sie wirklich tatsächlich da war. Das ist doch keine Illusion, war. Ja. Du glaubst gar nicht, wie schlimm das dann ist, wenn es dann tatsächlich so ist. Du mit deinen Phobien hier. Ist es denn wahr? Reiß dich mal zusammen. Ich bitte dich. Nein. Nein. Gut. Hi. Hi. Hier ging es gar nicht lang. Da ging es lang. Das ist hier unten. Ich zeige es dir gleich. Na, da krabbelt auch schon die eine Spinne da schon entlang. Das ist nicht so in so eine Creep-Spinne. Sondern halt eine eigene. Hier unten hier war alles halt voll mit Spinnennetzen. Die müssen wir bestimmt befreien. Siehst du schon, da sind halt Spinnen und Gedöns. Ich befreie hier den immer.